Herzlich willkommen zu Grundlösgründe, das Format, das beim Leben etwas in die Tiefe geht. Heute zur Europawahl am 26. Mai und gehen Sie wählen. Warum? Wahl ist eine Pflicht. Aus meiner Sicht stellen Sie sich Folgendes vor, andere Länder bringen sich Menschen um, um Demokratie zu haben. Und wir, wir gehen nicht mal wählen. Schon interessant, ne? Also wir wollen in diesem Format das Thema eigene Bedürfnisse, ein Land, und Europabedürfnisse, also die der anderen Länder, mal ein bisschen versuchen zu untersuchen. Wie bringen wir das in Einklang? Herzlich willkommen zu Grundlösgründe. Ja, die EU-Wahl. Und das ist immer wieder interessant, wenn gewählt wird, dann kommen die Tatsachen des Denkens ans Licht. Denken Sie an die Verschiebung der politischen Landschaften in Deutschland. Denken Sie an die unterschiedlichen Interessen und Bewegungen, die wir haben. Generell gibt es verbindende Interessen und trennende Interessen. Jedes Mal, wenn die verbindenden Interessen im Fokus stehen, wird es verbindend. Und wenn die Trennenden im Fokus stehen, trennt man sich. Und was steckt dahinter? Das ist der Unterschied zwischen eigenen Bedürfnissen und anderen Bedürfnissen. Darum geht es heute. Schauen wir uns das mal an. Eigene Bedürfnisse. Andere Bedürfnisse. Und natürlich, wenn wir die Bedürfnisse anderer im Fokus haben, sind wir zum Beispiel ein guter Gastgeber. Zum Beispiel gehen wir auf die Bedürfnisse anderer besser ein. Doch manchmal ist es so, dass man sich so viel mit den Bedürfnissen anderer beschäftigt, dass man selbst zu kurz kommt. Gehen wir auf das andere Extrem. Die eigenen Bedürfnisse sind so im Vordergrund, dass das Thema Egoismus entsteht oder Egozentrik. Das Kreisen um sich selbst mit seinen Bedürfnissen. Das kann man als Mensch. Das kann man aber auch als Verein. Das kann man auch als Firma, aber auch als Nation. Und die Balance, das in Waage zu bekommen, das ist wahrlich eine hohe Kunst. Also wie schaffen wir es, dass unsere eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer in Balance kommen? Darum geht es. Schauen wir zum Beispiel die Wahl jetzt an, die da ist. So kriegen wir mit, dass die Kräfte, die zerren, innerhalb von Europa immens sind. Da war die Idee, auf einem größeren Zusammenhang Länder zusammenzubekommen. Was für eine wunderbare Idee. Doch gleichzeitig ist da die Angst, dass wir als Nation zu kurz kommen. Und sie sehen die Kräfte, wie sie zerren. Brexit ist nur ein Beispiel. Wird es uns gelingen, dieses Größere zusammenzuhalten und dass ich, unsere Bedürfnisse, und wir, die Bedürfnisse anderer, ineinander Hand in Hand gehen? Ist das möglich? Wenn wir bewusster werden, glaube ich ja. Ist es möglich, dass unsere eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer in einer Familie Hand in Hand gehen können? Ich glaube ja, es geht. Bitte macht sich Gedanken in der nächsten Woche, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer in Einklang bekommen. Wann nehmen sie sich zurück und dienen? Wann müssen sie auch ihr Interesse mal nach vorne bringen? Ist das spannend? Ich glaube schon. Das wäre die Aufgabe für die nächste Woche. Und bitte diskutieren Sie mit. Sagen Sie uns, wie es Ihnen jetzt geht. Was ist das, was es in Ihnen auslöst, dieser Gedanke der eigenen und anderen Bedürfnisse in Ihrem Leben? Interessant? Wir hoffen sehr. Uns macht es Spaß. Ihnen mit diesem Format zu dienen. Und wenn Sie das interessiert, wie Sie durch Kommunikation eigene Bedürfnisse und andere Bedürfnisse in Einklang bekommen, dann besuchen Sie unsere Seminarreihe Kraft durch Sprache. Da geht es genau darum. Bis zur nächsten Woche. Ihr Boris Grundl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020